Wir sind Zoe und Merlin und das ist Tag 173 auf unserer Reise nach Südafrika. Heute geht's schon früh los, denn wir haben einiges an Strecke vor uns und wollen eine Grenze überqueren. Wir sind ganz im Osten von Guinea-Bissau und wollen heute rüber nach Guinea. Wie so häufig ist der Grenzübergang eher unscheinbar und da wir so früh sind, ist fast nichts los. Bis jetzt liefen alle Grenzen in Afrika so ab. Wir parken den Bus im Schatten, lassen Lotter drin und ziehen mit unseren Dokumenten im Gepäck von Häuschen zu Häuschen. Pass ausstempeln? Check. Cané de Passage stempeln? Check. Wir fahren ein paar Kilometer durchs Niemandsland, bevor auf der anderen Seite wieder das gleiche Spiel losgeht. Das Visum für Guinea haben wir schon im Vorhinein besorgt. Das Auto und der Führerschein werden registriert und dann sind wir durch. Die 50 Kilometer bis zur nächsten Stadt sind holprig, aber die Landschaft ist wunderschön. Nachdem wir Geld gewechselt, getankt und eine SIM-Karte besorgt haben, steuern wir unseren Schlafplatz an. Tage mit Länderwechseln sind immer ganz schön anstrengend, aber irgendwie auch aufregend. Und jetzt freuen wir uns auf Guinea. Bis zum nächsten Mal!